hallo freundin des sports in der gepflegten unterhaltung wir sind hier mit fifa 14 und zwar einem neuen projekt mit der koop karriere mit dem alf multi gamer bzw eismännchen hier hallo und ja wir haben uns für eine englische mannschaft entschieden zumindest heute ja mal sehen wir testen erstmal so ein bisschen durch und heute haben wir ja man city ja man city und wir haben eben mal mit scherzlichen spiel gemacht wo wir null gespielt haben aber wir waren noch nicht ganz so mit den kollegen zufrieden genau einfach mal als kleinen test schon mal damit wir wenigstens so ein bisschen also ich kannte das spiel generell hier immer noch gar nicht so koop saison deswegen muss ich auch erst mal reinschauen wie das so funktioniert aber es hat einigermaßen geklappt und wir haben uns ganz gut eingespielt denke ich ja wir hatten einen starken gegner mit dortmund muss man auch sagen na klar ja leute city 4 2 3 1 wärme spielen und suchen uns mal einen gegner ja und haben glaube ich schon einen oder bei mir wird hier gerade die aufstellung ist eine komplette reihe einfach nur das ist komisch aus das ist geil gucken jetzt ja ganz links nach ganz rechts weil eine komplette reihe also könnte unser beiden channels gucken wir haben beide die aufnahme laufen und wir werden sie ja beide online stellen jeweils immer wenn wir zusammen zocken ja genau deswegen auch noch mal alle die alle die die von meinem channel zuschauen upsala was ist denn hier los gut so weiter ok dass wir weiter suchen mal gucken ob du dir einen geraden kader hast jetzt wenn ich da müssen wir noch mal einen kader haben jetzt passt das schon jetzt stehen die wenigstens auf dem feld und nicht halb daneben halb drauf aber du hast jetzt einen anderen kader als ich geh mal bitte gerade aus dem koop so und dann wieder join ich glaube der hat die umstellung nicht genommen hast du möglich jetzt müsstest du eigentlich dann auch in 4 2 3 1 sehen bei dir jawohl bei mir sehe ich wieder eine reihe eine reihe ja wieder von ganz links nach ganz rechts ja okay dann lass ich dann lief ich auch noch mal ja das gehört dazu so ja aber auf jeden fall ich werde deinen channel dann noch mal unter meinem video so verlinken und ich denke auch noch mal die abo box bemühen und damit ihr dann ein bisschen leichter dran kommt und sehen könnt wie das so ist genau dasselbe tue ich selbstverständlich auch und jetzt habe ich auf einmal den standard kader wieder hier drin das ist hochgradig interessant jetzt bist du der kapitän okay gut das machen wir wieder rückgängig gut ich guck mal was du jetzt siehst immer komplett raus geht jetzt wieder rein weh dem siehst eine aufleistung jetzt sehe ich wieder diese diese spiele alle nebeneinander ich kenne jetzt trotzdem funktionieren wir können ja mal eingehen ja wird wir searchen noch mal gerade kann ich mir zwar nicht vorstellen da muss ja irgendwas stimmt da nicht wobei jetzt habe ich auch monster lex gerade ja am anfang eben gerade kurz aber das habe ich öfters mal hier kurz am anfang aber ich denke das geht wieder nicht oder das sieht nicht so aus nein das ist manipuliert wer auch immer manipuliert hat ich würde sagen wir beide machen noch mal diesen komischen kader ab der vorhin gemacht habe aber jetzt gerade vollkommen unnötig ist trotzdem mal schauen und werden noch mal gerade anpassen teams bearbeiten war das noch ab jetzt herunterladen das allerdings noch mal laden mehr sind keine verfügbar bei mir bei mir noch mal runter aber eigentlich habe ich ja vorhin auch schon runtergeladen also er sieht alle anfang ist schwer er will uns herrgeln ihr wisst ja dass ich gegen meine überzeugen hier spiele mit leuten mit bvb wappen das macht ja eigentlich an groß so was da wird uns das ding jetzt noch mal ärgert bei man city und du die aufstehung nicht christ wechseln einfach team und dann hoffen wir dass es passt so ich bin wieder ein koop du auch rein bei mir ist immer noch eine liste zu sehen okay mal weg achtecken ich bin wieder chelsea gut in weiß habe ich beschlossen so siehst du normale aufstellung muss jetzt noch mal komplett rein doch es mal jetzt soll ich eine normale aufstellung das sieht gut aus hoffentlich geht es jetzt auch ja das sind wir doch gewohnt wir spielen natürlich muss man dazu sagen um 2 15 nachts da kann uns das da auch mal passieren genau wir sind nacht schwärmer in dem fall das sind meine leute auf jeden fall schon gewöhnt ja ich mache ja auch mal da ich ja auch durch meine berufliche und familiäre situation auch meistens nur zocke wenn der rest der welt schläft gut auf jeden fall sollten wir jetzt hier reinkommen jetzt bin ich echt gespannt das ist das für ein scheiß der spielbericht ist rausgegangen andere die verbindung unterbrochen wurde also diesmal lag es glaube ich nicht an uns ok dann einfach noch mal probieren gehen die uns möchte ich auf den sack gerade gucken wir mal was finden hier aber jetzt machen wir gleich mal kleinen cut und dann melden wir uns bei euch wieder wenn wir ein gegner haben aber das wird der eine oder andere sicherlich kennen hier gegner suchen abbrechen so gegner gefunden ich setze zehn fifa coins auf real madrid ultimate coins meine ich ja ich denke mal auch haupt es nicht wieder hummels na die haben peppe ist auch sehr stark aber das gibt es nicht ok wieder umgebrochen leute ich würde sagen wir machen einen kurzen cut oder und melden uns gleich wieder oder es dauert mir sonst für lange hier ok gut wir haben endlich hier unsere probleme so ein bisschen beseitigt und starten jetzt hier rein hier nochmal die aufstellung und wir spielen gegen franks reich oh mein gott die sind doch jetzt auch noch in im zugzwang in der realität ja im rückspiel müssen sie da noch einiges machen als die blöde wir sind scherz sie in blau gegen frankreich in dunkelblau und guck mal was hier wirklich ist also die haben ja am wochenende bis jetzt wochenende davon nicht mal 24 stunden in der ukraine auch nicht den spieler riesen auftrag aber wir haben natürlich auch das ist mit biest von google riege und so der ist richtig gut gemacht gegen die laufrichtung war schon stark und dort ja und sehr geil da kann man ja gar nicht und hat mir komplett weg geblockt weil wiener der ist gefährlich ja für uns kann ich halte sack oder mit dem auch ein bisschen manchmal dauert das müssen verdammt ein bisschen abenteuerlich wenn man 22 spielt so jetzt sind wir hier weil ich bin das rote männer verdammt ihr seht ein glück hier absetzen ja das ist nett und aber ein guter da schon da muss man ein bisschen defensiv denken ein bisschen unflüssig das ganze gerade aber mir geht es ist spielbar ist ein bisschen unflüssig aber stört mich nicht das ist nicht so dass irgendwie behindert ist oder so es ist nur warum trefft er denn jetzt noch mal stehen aber ich bin unklärt ich bringe so klicken hoch ok den spieler hatte ich ja halt irgendwie weiter ist er durch mich durch hier gekommen das ist bensamer den ständig habe ich gedacht so muss sehr schnell um es ist so schnell wenn sie immer so total langsam wenn sie mal ist überhaupt schnell was sind da los der gedaupte wahrscheinlich der innenverteidiger von uns sehr sehr langsam gewesen ich war noch scheiße verdammt meine lieben er wollte es gut an den kriegen noch eine ade war im abseits weiter wir waren abseits ja das war schon gespielt welchen kann ich hatte schon geklickt auch immer so oftmals sieht man auch dass die spieler im abseits sind und trotzdem hat man das alles schon geplant und gemacht dann kann man das nicht mehr ändern genau habe ich ganz oft auch so er hat mich um geraten verdammt achte der bewegt sich noch das anja ist auch robust aus der außenverteidigung und er ist ziemlich langsam der linke innenverteidiger von uns wo das rieber jeder muss nur geschafft aber ich bin aber alle jetzt hier hinten wenn sie mal rieberi das sollten wir nicht kontern lassen noch als so jetzt ich gut da kann noch kommen keiner oder ja doch das war geplant gut hier bis eine ecke rausgeholt aber geplant weil ich den ganz steil nicht mehr spielen wollte der tor war nicht nur mit der ecke ich habe nicht wirklich martha jetzt ist drin ach gott künftig schade schade ist ja ein brite da haben es doch nicht aber auch eigentlich in die andere richtung geküpft schade schade schöne aktien auf uns mal was sieht schon ganz gut dass wir uns schon durch die mit auch dass das sieb so nicht als martha last dann sind dann ist glaube ich nicht weggecheckt 3 mann der popper hat jemand vorgeschossen jetzt hast du das gesehen hier gegen jule nämlich verarschen was machen die quatsch habe ich nicht gegen jule ja das ist wirklich was für jule natürlich das war ein richtiger hammer die auspackt bin ich zufrieden soll ich lang spielen die kann so kurz auf links spielen war das gar keine stund das gehen wir mal hier den steil pass laufen mit hoch einmal zu spät oder wenn es man stand da noch unten stand da herrn kommt kommt kopf die kamen glück erst mal noch nicht hin gut schätzt sie hat eine relativ kleine offensiv aufstehen muss man einfach so sagen wo gegen frankreich eigentlich so eine starke mannschaft ist und sagt weil es ist beide groß das ist oscar mann der will wird was unsere leute sind sehr sehr langsam hier könnte die rieberie gegen terry auch der das gesehen auf 100 meter 200 weggenommen wir jetzt weg und weg aber jeder kann ich bin aber nicht mit die panowitschlaufen gehen könnten wir noch mal drauf unten auch noch mit also die künstler schade hatte gewusst ja ich wollte genau spielen aber ich habe auch damit gerechnet ich habe gedacht er läuft er läuft lange rein und einmal hat er so langsam hier alter alter ich war nicht schon durch die karte müsste der ingrid der liga mal mitlaufen können oder das problem ist dass das ivanovich war und der ist schon gut gewesen gerade also der müsste den sprint schon gerade ja wenn du wenn du gegen leute spielst die rieberie und robben haben und die richtig einsetzen dann hast du wirklich extrem stark aber es auch gerechtfertigt aber es ist nicht nur ganz schade mit melde wird dort gespielt haben wir auf innen jungen der nachtzeiten zwei meter weiter gelaufen gut gemacht gegen terry hatte seine probleme später einfach mal lang da vorne rein auf der spiel jetzt aber war klar aber konnte man auch nicht wirklich was machen gegen ich glaube ich auch nicht durch hier haben wir auch nicht im ansatz irgendwie schnell spieler außen der dann beteiligen kann alles zu sagen soll jetzt aber oder nee den krieg dann noch ja flankte ito hin ja generell sind die die flanken immer so ein bisschen komisch ja manchmal sieht er einfach nur den spieler und spiel zudem manchmal eine christ noch weil ich habe das muss beide nehmen das schöne gezogen die hatte weil ich schicken hat so gut da haben wir haben aber da ist dieser koschenity wir haben gerade so ein bisschen die körperlichen nachteile der teams eigentlich sitzen mit der englischen manche haben körperliche defizite das musste man mal sehen hat ein glück der hatte wahrscheinlich hier noch einen angriff machen können ich wechsle jetzt mal ich denke da wir viel mit flanken agieren hier ist das schon ganz sinnvoll ich trau es mich im moment nicht flach warum auch immer tor weiß und wen haben wir denn hier noch draußen erschlecht kohle der ist für die kohle dann was hatten wir hat denn wer ist denn hier platz von engine naja okay ist okay ich bringe trotzdem mal erst ein ticken stärker sind eigentlich alle noch so einigermaßen hier geht es ja nur um rieberie da aus der knackpunkt hier werden durch die mitte ist eine sache weil der gut antizipiert hier sagt mir gesehen bei der einen aktion ich wusste ich habe es gesehen das war das was ich meinte ja genau das ist auch so bleibt dann stehen läuft zurück und das noch mal ein satz nicht aber auch nicht so defensiv stark hier weg mit dem jetzt hätte auch passen können so oben genau da sind noch zwei das ist unglaublich dass wir ein körperliches problem war das kann ich gleich davon leuchtet ich mich umgedreht ich wollte eigentlich zu ramirez spielen ja leute das sand in getriebe es muss ja normal sein wir spielen zum ersten mal zusammen eine session und ich denke mal wenn wir weihnachten haben läuft noch ein bisschen besser weg meiner weg ab meiner weg vom ball das war nicht gut ist einfach nach innen gezogen so jetzt dürften wir klären können alter der kleine frank den woher geht sie jetzt das sind jetzt haben wir zwei leute vorne verdammt das glaube ich nicht da war sehr unglücklich geradeaus hier gegen uns die waren ich brauche nur eine viertelstunde bis zum ball verarbeitet ich lauf weiter außen dann kriege ich noch die brauchen die das anders schon elbogen im gesicht schon elbogen im gesicht schön durchgesetzt sind wir ja schon zweimal guckt da schöne zeitlobe gesehen hier aber nur in zeit auch richtig gut mal sehen hinter was werden es ja verdammt ich wollte nachschluss jetzt noch mal die ratte herrscht naja wir waren innenverteidiger jetzt sind wir aber im match langsam wir kommen immer so in der zweiten halbzeit entdecken auf wir gehen nein das ist jetzt nicht so jetzt haben wir noch geht es noch mal ja jetzt hier auf da kommt auch was brauchen wir sind gespielt nein da kriegst du den ich meine doch eben das war sehr sehr lustig weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet ich habe nämlich schon zu kopf weil da denke ich mir leute der klasse von eben die rennen damit fünf miteinander in diese situation mit abseits tiki taka ist halt online auch gerade so zwei sehr sehr schwer ich spiele eigentlich gerne geduldig auch mal durch die mitte aber das ist sehr sehr schwer kam mir das ist eine bank hast du noch setzt sich gut durch der will ja wollte ich ja nicht schießen aber leider habe ich gar nicht mehr getroffen ich wollte den schlüssel antäuschen jetzt aber das gibt es doch nicht doch als ich spiele ich die linke rechte und er haut das dinge wieder auf die mitte die zentrale geschossen muss auch leider sagen dass meine online erfahrung bisher sehr sehr niedrig ist und das mit da vielleicht immer noch so ein bisschen die abgewichtszeit für das gibt es nicht lange die brauchen ist bei der sprache ja ich habe jetzt bisher auch nur mal ultimate team kurz gemacht oder so bei der 13 nicht gemacht gehabt da habe ich nun mal online bio pro gemacht aber ansonsten online auch noch nicht so viel gespielt online bio pro ist ja auch ziemlich nett aber das gibt es nicht so jetzt haben wir es das gibt es doch gar nicht ich habe einen steil hast du spielten ist genau die man hier steht gut ne so jetzt haben wir ich mein gut natürlich steht auch immer gut so ja jetzt gehe ich mit großen verteidigung was ein annahme ja toll und habe ich gesehen aber sind ja gut noch durch noch vorteil an die mitte hat sagen jetzt tripling klar was dahinten dringend kannst du noch recht und stehen zwar oder bringen auch die immer lehre ach der ist nicht ruhig ist aber für tor sind so eine wille ganz gut haben wir noch ein wechsel kann man erziehen und schnellen haben vielleicht wenn du das noch auf der bank wir haben eigentlich nur noch wir haben draußen eigentlich nur noch obi mickel als offensiv haben wir dann unter stürmer also es macht der hasard was macht der hasard der dämliche will ja jetzt macht er nicht mehr weg wird mir trotzdem jetzt ja auch für lehre ist gut und die war gut gespielt und der war richtig gut abgelöst das ist weiß ich nicht wenn ich werde ja gar nicht angekommen es ist der haben das gibt es nicht das gibt es nicht so die annahme jetzt mal mit zu offensichtlich deswegen war schon gut aber das gibt es nicht ja torres steht am 16 direkt der war ein bisschen zu wenig ich habe ihn auch so so lasch wie möglich gespielt und trotzdem ein bisschen zu weit machen und wenn spiele hier auch wieder automatisch dauert weiter nach vorne gelaufen ja toll ich wollte ihn dahinter haben aber deswegen gleich dann ist es hier jetzt aber das gibt es nicht ich denke schon das wäre aus mir auch hier zu kriegen jetzt ich finde das schon ziemlich fair wie das diese abläuft also man braucht viele chancen für für tue ich glaube so einfach mal so ein ding hier reinhauen das geht glaube ich gar nicht und mir zumindest bisher so vor war in dem anderen spiel auch so kannst du 30 metern schon machen sagen einhof das waren die da in dem sie sich wirklich die kai steuerung ist teilweise abend soll ich will nichts anbauen lassen bekommt eigentlich gut und unten läuft auch eine mitte ja ich war darüber doch doch ich stehe ich bring sie schade bringt immer so halb halb lang ja ja wenn wir es jetzt einmal weiß man das zweite spiel macht weiß man da ist das problem ist das sind die weiß die wir spielen gut und ich denke wir haben uns ganz gut angestellt ich habe gute chancen gehabt und auch mehr als der gegner weil das jetzt hat man auch mehr gucken was man jetzt ja guck mal schüsse elf am ende gehabt wirklich viel mehr weil das ist ich guck mal noch mal bei der spielbewertung rein ich hoffe mal dass hier der william hat 6 6 gekriegt der hat hier wirklich nicht so viel gezeigt und martha na also oscar ist okay ausgabe ich auch das fall gesehen aber der rest auch naja ja gut mein lieben dann würde ich sagen ich würde sagen wir beenden das hier und wir gegen gleich ist uns da wieder bei ich wünsche euch noch einen schönen tag euer schuto ciao